Ola, wir befinden uns hier jetzt auf dem Gipfel des, ich muss es ablesen, Tibidabo Berges, der höchsten Erhebung Barcelonas mit 560 Metern. Es ist Sonntagnachmittag, herrlich, sonnig, warm und die haben hier auch oben Hot Dogs, die haben wir gerade mal gekostet, aber im Tal an der Küste, muss ich ehrlich sagen, da schmecken die deutlich besser, zumindest der Super Hot Dog, der Super Hot Dog für 3,50 Euro unten am Hafen, sehr zu empfehlen. Und hier oben ein Hot Dog ohne, wie sagt man, Zwiebeln, 4,50 Euro. Ja, hier ist alles ein bisschen teurer, war ja auch zu erwarten. Aber trotzdem ein sehr schöner Ausblick hier oben und man hat auch noch die Möglichkeit, vielleicht kann die Kamera mal einfach rumschwenken, noch höher rauszukommen. Es gibt da nämlich noch so Verrückte, die steigen da noch in so Körbe rein. Da oben, so zwischen Himmel und Hölle so in der Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber diese Stahlträger haben eine Traglast von 9000 Kilogramm. Wenn sie nachlasten, heißt das in zwei Millisekunden Sayonara. Ja, hier gibt es auch noch, wie man hört, einen Vergnügungspark mit so Oktoberfestmusik. Hört sich zumindest so an. Und von dort aus melden wir uns gleich nochmal einmal wieder. Genau. Bis gleich.